Schönen guten Morgen. Jetzt bin ich mal unterwegs. Also eigentlich gehe ich ja immer dieselbe Route. Ich muss heute auch zu Fuß gehen, weil meine Fahrkarte ist abgelaufen, passiert. Jetzt zeige ich euch den Strommast, wo eigentlich schon das Gitter drauf gesetzt ist. Wenn ich den dann von hier einfallen kann, das ist schon mal ein bisschen schwierig, das zu sehen, was hier neu abzuhnt. Jetzt muss ich da irgendwann original nennen. Da ist jetzt der Zaun umgeht. Ah, der unten. Ich versuche das mal von der anderen Seite. Das ist ein bisschen laut. So. Ja, da ist auch schon ein Umleiter drauf, soweit ich informiert bin. Jetzt komme ich natürlich in die Terra-X-Studien. Warum auch immer. Schön, dass wir uns mal unterhalten haben. Sie können halt auch Magneten draufsetzen. Und so Strom halt umleiten. Moin. Ja, das ist ... oder Blitze delegieren, das geht auch. Das ist dann aber noch mal was anderes. Ja, das weiß ich halt. So, und jetzt bin ich gerade mal auf dem Weg zum Einkaufen. So anderes tue ich ja eigentlich auch nicht mehr. Weil von den mageren Kröten, die man dann so noch übrig hat, muss man halt seinen Unterhalt irgendwie bestreiten. Ja. Oh. Oh, cool. Ah, ich muss dich mal fragen, ob ich das tue. Ich weiß nicht, ob ich das nicht so ... Ah, das war gerade Bauholz. Ich könnte nämlich ein bisschen Bauholz brauchen. Muss ich immer selber kaufen. So. So. Ja. So viel dazu. Ja, dann ... War ja gestern mal wieder Bügelhilfe irgendwie am Rumnebeln. Kran. Ist so ein bisschen anstrengend da an den Kräusern, finde ich. Muss nicht sein. So. Ich weiß nicht, was das kommt. Oh. Dann machen wir weiter. Wegen Autobahnbau. Weiß man gar nicht, man versteht mich ja nicht wirklich. Ja, so ging dann mein netter Kunstkanal irgendwie drauf für Blablabla-Videos und jede Menge Geld, was fehlt. Da mache ich irgendwie gerade an Aktionen nicht mit. Das ist halt so, weil es immer dasselbe war oder bleibt. So, ich melde mich dann später nochmal, weil ich muss jetzt irgendwie bis nach Eidelstedt laufen. Weil ich nämlich erst Ende des Monats mir wieder eine Karte kaufen kann. So, bis dann. Ciao. Ciao.